Aber gut, wenn er dann passt, passt er. Ja, hallo, wir haben hier auf der rechten Mark Holzkamp, auf der linken Shinda Mohamed, die sportlichen Leiter des Westfälischen Landesligisten SV Eidegghausen-Berste. Richtig? Richtig. Ihr habt jetzt vier Spieler verpflichtet vom VfL Duckeburg. Wie ist es dazu gekommen, Mark? Ja, also ich habe ja auch eine kleine Vergangenheit beim VfL und deshalb guckt man schon mal ein bisschen über die Landesgrenze hinaus, was dort so passiert. Und ja, man hat halt dann mitgekriegt, dass es irgendwann keinen Weg mehr für die vier zurück gab beim VfL. Ja, da habe ich mich bemüht um die Nummern. Ja, und dann kam der Kontakt zustande. Ich habe sie mal locker eingeladen, sollte mal ein bisschen mittrainieren, ja, die anderen Jungs kennenlernen, einen Trainer sprechen. Wir wollten uns natürlich einen kleinen Einblick verschaffen. Und ja, dann haben die Jungs sich schnell dazu entschlossen, zu uns zu wechseln. Schinder, es ist ja doch eher ungewöhnlich. Vier Spieler auf einen Schlag von einem Verein. Habt ihr das schon mal so gehabt? Ne, bisher hatten wir das noch nicht so gehabt. Wir haben auch relativ spät die sportliche Leitung in dem Verein hier übernommen. Und das passt eigentlich jetzt zu der Situation, weil unser Ziel war es für die nächste Saison, auch junge, dynamische und ja, charakterlich, sportlich gute Jungs zu verpflichten. Deswegen kam das auch ganz gut vom Zeitpunkt her. Wir machen jetzt schon die Planung für die nächste Saison. Und das passte tatsächlich sehr gut rein. Und deswegen sind wir super glücklich, dass es geklappt hat. Weil es auch sehr viel Positives nur gab von den Jungs. Die haben sich super präsentiert, die haben sich gut eingebracht. Und die denken auf dem Platz, neben dem Platz, gute Jungs. Und deswegen genau sowas suchen wir auch für die Zukunft. Und von daher sind wir glücklich, dass es geklappt hat. Wie sieht denn die lehre sportliche Planung aus? Also jetzt die nächsten, sagen wir mal ein, zwei Jahre. Ja, also das Ziel ist jetzt erstmal die Klasse zu halten. Dadurch, dass wir einen kleinen Umbruch auch hatten im Sommer, wollen wir natürlich erstmal die Klasse halten. Bei fünf Absteigern ist es schon schwierig. Aber wir sind guter Dinge, wir stehen aktuell ganz gut da. Und für darauf das Jahr möchten wir schon ein Mittelfeld angreifen. Wir wollen dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann ein Mittelfeld angreifen und den Trend weiterhin hoch halten. Marc, wie passen die vier denn da in das Konzept? Ja, also vom Ehrgeiz her, charakterlich, menschlich. Diesen Eindruck, die die jetzt die kurze Zeit hier hinterlassen haben, ist schon top. Ja, die Jungs sind leistungsorientiert, wollen Fußball spielen, leistungsorientiert Fußball spielen. Und ich denke, dass wir hier den Jungs ein gutes Konzept vorlegen konnten. Und ja, sind froh, dass die Jungs dann letztendlich zugesagt haben. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch bei all euren Plänen für die Zukunft viel Erfolg. Vielen Dank. Und ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Dankeschön. Danke.